Ja, es hat mich auch gerade überrascht, tatsächlich die Nachricht. Wundert mich auch nicht, dass das die erste Frage ist. Ja, natürlich eine erstmal traurige Nachricht, trotzdem ist er noch im Amt. Das ist das Wichtige, dass er noch weitermacht und das große Turnier noch macht an der Seitenlinie. Er hat einen extremen Impact gehabt auf den deutschen Fußball, speziell auf die Nationalmannschaft, hat viele Erfolge gehabt, hat, glaube ich, auch eine Epoche geprägt mit Titeln, mit einer Entwicklung, mit eigentlich jetzt dem zweiten Umbruch, kann man sagen, in seiner Amtszeit. Den ersten sehr erfolgreich eingeleitet mit einem großen Titel, dann den zweiten Umbruch eingeleitet jetzt, wo wir dann hoffentlich im Sommer eine gute Mannschaft haben werden. Das ist garantiert, aber vielleicht auch eine Mannschaft, die konkurrenzfähig um die Titel mitspielen kann. Auch davon gehe ich aus, weil wir auch sehr viele talentierte Spieler haben. Auch das ist ihm zu verdanken, dass er da einfach in den richtigen Momenten auch wichtige Entscheidungen getroffen hat, die sicherlich nicht leicht waren, wo er teilweise auch dafür kritisiert wurde. Aber er hat natürlich eine tolle Karriere als Nationalmannschaftstrainer für den deutschen Fußballbund hingelegt. Und ich hoffe, dass die noch einen glorreichen Abschluss findet. Und dann bin ich gespannt, wo er als nächstes seine Fußstöpfen hinterlassen wird. Und dann kommt das mit dem Hinblick auf die Wirklichkeit. Vielen Dank.